Ich bin zu blöd, Code einzugeben. So. Was haben die denn so schickes? Ich bin tot. Oder auch nicht. Haben die eine Cassio ekelhaft? Really? Kommst du darauf? Aber ja klar, dass du fast Blood gibst. Er macht ja eng noch. Logo. Das ist ein AP-Sign. Pure AP-Sign. Guck dir die Blank an. Die kauft sich ne Träne. Really. Mit allem vorbeiziehen. Hallo, geht mal weg. Alter, jetzt bin ich hier wieder alleine. Double Cannon. Scheiße. Der hatte nur einen Mark drauf. Cannon OP. Boah, Alter, der Scan hat sich 2-0-Mage-Mantel gekauft. Kein Wunder, warum ich ihm keinen Schaden mache. Jetzt macht er sein Schild. Gute Reaktion sein. Nimm's hier. Nimm's hier. Nimm's hier. Nimm's hier. Guck mal. Autohits. Ich geb mir die 25 Gold. Danke. Okay Was ich jetzt? Du brauchst Level 6? Bin ich gerade. Ich bin der einzige, der Level 6 ist. Bist du Level 6? Weil ich es drauf habe. Hast du wahrscheinlich so plus Erfahrungsmeisterschaft? Nein, hab ich nicht. Weiß ich gar nicht, ob ich die Meisterschaft nicht habe. Daneben. Ja, so geht es mir gerade auch. Ich bin ausgewischt und dankbar. Chill, ich muss kurz... Musst kurz auf Cover Shopping? Ne, ich musste... Aufs Modcast legen. Genau. Mein ich doch. Oh komm, mach wenigstens was draus. Meine Güte, also wirklich. Nice. Wisse, geht doch. Na, schon ge-aced. Ja, wer tankt? Was ist los? Keine Ahnung, welche greifen es doch, man. Alter! Egal, krass. Boah, der Arme, je! Ähm, Kyle, Afka. Ja, gut Job. Mami hat wohl gesagt, ausmachen. Nein, doch nicht. Jetzt kommt Mami am PC. Aua. Was ist das für eine Ultima? Was ist das für eine Ultima? Was ist das für eine Ultima? Oh. Oh. Ah, dann geh rein! Was wärs da rein? Der hier, Alter, wenn der schon seine Ultima. Ich hab meine Ulti irgendwo. Wurde es grad gestunt. Was? Eine mentales Das war Büro, der allein oder die September. Wurde es aber in seiner Ultima? Nee, ich hab스 noch eins. Ich dachte, sie hat es schon benutzt. Ich kann wirklich nicht mehr. Nein. Ah, ist das lustig! Ja, klar. Ah, Quatsch! Was ist los? So, was lachst du so? Guck mal! Oh, doch nicht! 400 Gold brauch ich noch, dann kann ich einmal sterben. Die Kur eigentlich ist mir so abartig schnell. Hm. Du solltest das nicht tun. Ah, ist liebe Kennen! Das Auto ist! Ah, ich hab mein Gold, was ich haben wollte. Ich hab'n Sohn erst, ne? Nur mal so, zur Info. Schön! Du bist tot. Nee. Doch! Das ist für ein Glück, ey. Ich findest so geil, so schnell zu sein. Warte, 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 gleich... Du gehst mit Ulti rein, ich mit Ulti hinterher. Nee. Doch! Aber nicht jetzt. Halt zum... Gute Zeitpunkt. Alter! Mach halt mal Damage, man! Alter! Hoppla. Wo ging der nun? Aua. Gute Idee. Pannest du euch, yo? Richtig Pornös. Was macht dieser Warfighter? Scheiße. Ich hab den Creep angegriffen. Ein Creeper? Ein Creep. Minion, was weiß ich? Ein CS? Was ist das? Ich komme! Aber ich lass dir erst alle sterben. Wirst du kaum kennenlernen, ich hau uns wieder ab. Miuuuu. Miuuuu. Ah, ich konnte meine einzig benutzen. Watt, du konntest meine einzig benutzen? Warum mögen die mich eigentlich so sehr? Ich weiß nicht, ich bin so schnell. Ich kaufe mir jetzt extra so ein Elex hier. Nein, die wollte ich doch haben. Scheiße. Der ist so dämlich. Was machst du, Alter? Warum? Was machst du, Alter? Kannst du dich machen? Echt nicht? Was anderes? Danke. Ending. Haha, nicht du. Ja, nee. Warte, schon wieder ab mich! Das ist kass. Oh, du bist tot. Nein. Verdient. Verdient. Warum haben die eigentlich alles auf mich? Was hab ich denn getan? Und die haben dir das wieder die Kettel entnehmen. Warte, 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 warte. Fuck, das hat er falsch hin. Egal, ich vermutze, es ist bald mehr. Oh. Weshalb?